54 Flüchtlinge aus Königswinter besuchten am Samstagnachmittag das Bundesliga-Heimspiel von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Ingolstadt. Ein Shuttle-Bus fuhr die Menschen zum Stadion. Begleitet wurden sie von Mitarbeitern der Stadt Königswinter. Dann habe ich als erstes die Personen ausgesucht, die im Moment in der Turnhalle untergebracht sind und keinen Fernseher und nichts da haben, damit die Männer eine Abwechslung haben und nicht den Turnhallen-Kolops geben. Es ist ein Spiel, um zusammen zusammen zu arbeiten und eine Teamwoche, eine für alle und alle für eine. Männer und Frauen aus Nigeria, Guinea, dem Irak, Afghanistan und Syrien erlebten dank der Postbank ein spannendes Spiel. Trotz eines 0 zu 0s nach 90 Minuten gab es im Borussia-Park einige Sieger.